Hey Leute und herzlich willkommen zu 100 Folge und heute spüren wir wieder Brokehaven. Ja Leute, heute werde ich ein kleines Kind sein, der kleine Jojo und ich versuche mal eine Familie zu finden. Ja Leute, das ist kein gescriptetes Roleplay, das ist einfach nur, ja vielleicht haben wir Glück und finden eine Familie und äh... Ist da der echte? Weiß ich nicht, ob ich der echte bin, das kannst du mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Außerdem kannst du gerne einen Daumen hoch geben, falls du das nicht getan hast und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Um keine Ahnung, cool, Roblox-Videos von mir zu verpassen, Leute. Das mit dem, mit dem, mit dem hier, mit dem, mit dem Brunnen hier hinter mir sieht es ziemlich cool aus, mit der Fontäne, Leute. Und äh, ja, äh, ich, ich, ich bin, aber der sieht so aus, ich, äh, leider machen Fake-Avatar, Leute. Ich bin nicht der echte, auf gar keinen Fall, Leute. Auf gar keinen Fall bin ich der echte, äh, aber ja, natürlich, ich würde sagen, wir suchen uns eine Familie, wir versuchen es zumindest. Ich weiß nicht, ob es möglich ist mit meinem Fake-Avatar hier. Naja, nach dem Intro. So, Leute, als aller, allererstes muss ich mich, äh, Hilfe, ich, ich, seit wann ist da eigentlich Glas, Leute? Als allererstes muss ich mich kleiner machen, Leute. Ich muss mich kleiner machen. Zack, 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 zack. Okay, Leute, jetzt bin ich ein Knirps. Oh Gott, Leute, jetzt bin ich ein Baby. Nice, okay. So, und jetzt, Leute, jetzt müssen wir irgendwelche Leute suchen. Gojo, oh mein Gott, Leute. Wir haben Gojo gefunden. Domain Expansion. Juhi, Tenkai, oder so ging das. Irgendwie sowas, oder? Andersrum, Leute, irgendwie so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich, also ich will, äh, ich will, ich will, ich will ungern Gojo als mein Vater haben, Leute. Ich will ungern Gojo als mein Vater haben, Leute. Wir laufen hier aber mit Hyperspielern, das sieht so krass aus, wie schnell wir hier rennen. Hallo? Leute, ein Kind dürfte eigentlich nicht so schnell rennen und auch nicht über die Straße. Aber, Leute, wir versuchen mal eine Familie zu finden, eventuell, wenn wir bei irgendjemandem unterkommen können. Wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool, Leute. Das ist der Sinn dieses Videos hier. Und dann gehen wir mal direkt zu den Häusern hier und gucken mal, ob hier Leute sind. Oh, Leute, wir haben doch direkt hier jemanden gefunden, Leute. Wir haben doch direkt hier irgendjemanden gefunden. Ich schreibe jetzt mal, ich schreibe jetzt mal, ähm, hey. Hier sind, oh, hier sind zwei, Leute. Luni und die andere hat keinen Namen. Ich schreibe mal hey und, äh, oh, Luni, hallo. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die deutsch oder englisch sind, Leute. Und sie schreibt, hi. Okay, ich schreibe mal German. Ich schreibe mal, ob sie deutsch ist. Ich frage mal, ob sie deutsch ist, Leute. Weil, oh, oh, die andere hat sie bewegt, Leute. Die Mutter hat sie bewegt. Anscheinend ist das ihre Tochter oder sowas. Und, äh, das ist ihre Mutter. Okay, Leute, eventuell können die mich ja aufnehmen als Familie schon, Leute. Dann haben wir direkt am Anfang der Folge eine Familie gefunden. Ähm, äh, hey, schreibt sie. Ich will wissen, ob ihr deutsch seid. Ich hab doch extra gefragt. So, ähm, sie schreibt, ja. Äh, seid ihr eine Familie? Seid ihr eine Familie? Oh, Leute, siehst du ins Haus reingelaufen? Oh, Gott. Hallo? Du kannst doch nicht die Tür gegen mich klatschen. Okay, seid ihr eine Familie? Hab ich gefragt. Ähm, hm, 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 hm. Wann kommt die Antwort, Leute? Wo bleibt die Antwort? Man muss jetzt auf, weil er um 6.30 Uhr aufstehen muss. Ich will nur kurz fürs Protokoll festhalten. Äh, wir haben 3 Uhr morgens. Also, von daher. Warum sind die, warum seid ihr überhaupt noch wach, Leute? Nein. Suche selber eine. Ah, Leute, okay, siehst du nicht in der Familie? Äh, hey. Wir suchen eine Familie. Familie. Wir suchen eine Familie, hab ich jetzt mal geschrieben, Leute. Siehst du selber eine. Warum ist die, warum ist die weggelaufen? Hallo? Luni? Nein. Oh, wer ist er da, Leute? Ah, da ist sie. Und, äh, ist das, ist das vielleicht, Leute? Haben wir vielleicht schon unsere Familie gefunden? Ich weiß nicht, Leute. Wie geht es dir? Schreibt er. Okay. Äh, ich schreibe mal. Äh, mir geht es gut. Und dir? Leute, wir haben gerade 3 Uhr morgens. Warum sind so viele Deutsche wach? Hallo? Es ist 3 Uhr nachts. Gehen schlafen, Leute. Du kannst zu meiner Familie. Äh, oh mein Gott. Echt? Ähm. Oh, wer ist, wer ist sie denn, Leute? Ist das seine, ist das seine, ist das seine Frau, oder? Und, äh, und wer ist das? Wer, wer ist das? Wer, wer bist du, Leute? Ähm. Oh mein Gott, Jojo. Oh nein, Leute. Warum erkennt ihr mich? Ich will doch nur in eure Familie, Leute. Ich will doch nur in eure Familie. Keine Ahnung. Oh, ich dachte, ich, ich dachte, es ist deine Frau. Aber anscheinend weiß es nicht. Ähm. Was ist denn mit dir hier? Du, du, du scheinst so freundlich zu sein. Du hast ein großes Haus, Leute. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein, Leute. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein. So. Ha, 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 ha. Leute, ich hab mich einfach, ich hab mich einfach hier. Hm. Kommt, kommt hier irgendjemand her? Kommt hier irgendjemand her? Äh. Oh, oh, Leute. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin einfach bei einer fremden Familie ins Haus eingebrochen. Okay. So, ich leg mich jetzt. Kann ich, kann ich mir hier schlafen legen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ähm. Hilfe, Leute. Oh Gott. Ich sollte da besser nicht runterspringen. Äh. Okay, okay. Lauf mir, Leute. Okay, ich sprinte. Ich mach den Sprintboost. Und sie schreibt, wow. Ähm. So, Leute. Hier gibt's auch den Keller. Aber das ist ein sehr, sehr böser Keller. Oh, sie hat das Licht angemacht. Sehr, 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 sehr cool. Ähm. Ist sie jetzt unsere Mutter, Leute? Haben wir jetzt eine Familie gefunden? Jo, ich muss kurz ein Foto machen. Warte. Nein. Ich bin nicht hier zum Foto machen. Ich will eine Familie suchen. Ich will doch nur eine Familie finden. Ähm. Kann ich in deine Familie? Ich frag sie mal, Leute. Ich frag sie mal, weil sie scheint mich nicht zu kennen, Leute. Sie scheint mich nicht zu kennen. Deshalb frage ich jetzt sie. So. Oh, okay. Ich verstehe nicht, Leute. Der Shadowhead sieht zwar ziemlich cool aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den tragen würde. Äh. Ich auch, please. Oh, Leute. Oh, sie hat sie aufgenommen. Kann ich, kann ich auch irgendwie? Äh. Äh. Hallo? Äh. Ich kann nichts drücken. Hilfe. Äh. Leute, sie schreibt nicht. Ich will da nur in deine Familie beitreten. Was macht sie, Leute? Was macht sie? Was tut sie, Leute? Ähm. Oh. Macht sie uns was zu essen? Mama? Ja, Leute. Das ist irgendwie. Ja. Äh. So. Luni. Äh. Und wie auch immer sie heißt, Leute. Wir sind hier zum Badezimmer. Ich sollte besser nicht ins Badezimmer, wenn da Mädchen drin sind. Oh. Hier ist, hier ist, hier ist dieser Typ, Leute. Der uns eben als Vater haben wollte. Aber irgendwie, sein Schild ist mir schon ein bisschen zu bunt, oder? Das ist schon ein bisschen zu bunt, oder? Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Aber hier kommen wir auf jeden Fall sowieso nicht mehr raus. Das könnte ein Problem darstellen, Leute. Wo sind sie hin? Sind sie nach unten in die Bücherei gegangen? Ähm. Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Wo sind sie hin? Hallo? Ähm. Sind sie nach oben? Oder? Äh. Mama? Ah, da. Okay, okay, Leute. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Aber was machen sie denn? Was tut ihr hier? Kann ich den PC benutzen? Okay, sie ist abgesprungen, Leute. Lasst uns schlafen gehen, Leute. Wir haben eine Familie gefunden. Yay! Ich will jetzt hier schlafen. Äh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du auf meinem Bett draufstehst. Ähm. Ah. Nice. Okay, danke. Jetzt kann ich schlafen, Leute. Kann ich mich jetzt hier hinlegen? Äh. Emotes. Äh. B-b-b-b-b-b-b. Lay down, Leute. Und jetzt? Ja, jetzt schlafe ich. Es ist auch gerade 6 Uhr morgens hier, Leute. Und, äh. Ja. Jetzt schlafen wir mal eine Runde. So. Genug Zeit in diesem Haus hier verbracht. Lasst uns noch mal ein weiteres versuchen zu suchen. Und, äh. Ah. Einmal bitte Augen zu. Ihr habt es nicht gesehen, Leute. Ihr habt es nicht gesehen. Ihr habt nicht gesehen, was ich gemacht habe. Äh. Und, äh. Huch. Wie bin ich denn beim Spawn gelandet? Ich weiß es nicht, Leute. Wisst ihr, wie ich am Spawn gelandet bin? Wer sind die denn, Leute? Wer sind die denn? Ähm. Ey. Ähm. Ey. Ah. Wo bin ich hier gelandet? Hey. Hallo. Junge. Äh. Äh. Hallo. Schreibt mal hallo. Was? Guck mal, wie er aussieht. Dann schreibt er. Ey. Puppe. Oh mein Gott. Nein. Warte. Warte. Bist du der Echte? Ähm. Weiß ich nicht. Kannst du meine Mutter sein? Oh mein Gott, Leute. Ähm. Ähm. Ist alles okay bei dir? Schreibt der Typ. Äh. Sag mir nicht, die beiden sind zusammen. Und der andere Typ hat sich so angesprochen. Oh mein Gott. Kurz. Oh mein Gott. Das wäre. Äh. Sind das irgendwie Geschwister? Äh. Volk. Kurz. Zurück. Äh. Äh. Was folgen? Was folgen? Äh. Wohin? Wohin folgen? Wohin? Ich glaube, sie will. Ich glaube, sie will nicht meine Mutter sein. Ich glaube, sie will nicht meine Mutter sein. Dann laufen wir halt eben weg. Äh. 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 Ist irgendjemand in der Luft am rumsch... Hallo? Wieso schwimmt sie in der Luft rum? Was tut sie da? Hallo? Wasser ist zum Schwimmen da, nicht die Luft. Hä? Hä? Okay. Oh. Hallo? Äh. 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 Okay, Leute. Okay. Alles klar. Was haben wir denn gerade gesehen? Leute, wir laufen immer nach da oben zu diesem Haus. Und ich bin immer gespannt, ob da irgendjemand drin ist. Hier sind irgendwelche Personen. Hallo? Äh. Hier sind einfach, äh. Äh. Drei Mädchen und ein Junge. Ich schreibe mal Hey. Äh. Hey. Hi. Ich bin hier. Jojo ist da. Hallo? Ich suche eine Familie. Äh. Ich suche eine Familie. Kann ich zu euch? Kann ich mit eurer Familie beitreten? Äh. Du bist ein bisschen blutig. Äh. Ist das okay? Äh. Oh mein Gott. Man, Leute. Das nächste Mal, wenn ich sowas mache, mache ich das auf meinem A2-Account oder sowas. Bist du der Echte? Äh. Ich kenne anscheinend echt viele Leute. Ja. Ich bin der Echte. Und, ähm. Ich renne. Ich renne zu Elternzimmer. Äh. Okay. Mach das. Äh. Ich spreche mal mit ihr. Hi. Hey. Hey. Kann ich in deine Familie? Ich. Ich hab keine. Ich hab keine Familie. Ja, klar. Yo, Leute. Wir haben wieder eine Mutter gefunden. Mh. Yeah. Oh Leute, also sie trägt mich jetzt hier rum anscheinend Alles klar Leute, interessant, sehr interessant auf jeden Fall Ähm, oh, ich will ein Foto Ah, verstehe Leute Es geht also nur um Fotos heute Es geht ja eigentlich nur um Fotos Ich wollte nur eine Familie finden für mich Okay, aber ihr könnt Wie gesagt gerne Fotos machen Leute, ihr könnt immer gerne Fotos machen Falls ihr mich irgendwo seht, ihr müsst nicht mehr fragen Leute Macht einfach ein Foto und das passt dann schon So, oh Leute Okay, sie rennt, wohin rennt sie? Okay, ähm Emi, wohin rennst du? Leute, ab ins Haus, ab ins Haus oder in die Garage Oder wohin geht's? Hallo, ähm Ähm, ich weiß es nicht Leute, ich weiß es nicht Hab doch Ehre, ähm, also ich hab Ich hab Ehre, Leute, ich hab Ehre Aber sie läuft anscheinend weg, Leute Aber du hast doch gerade genug Zeit gehabt in Fotos Wie lange braucht man denn? Man muss doch nur einen Knopf drücken Und dann hat man ein Foto Okay Leute, dann will ich aber sagen, springen wir mal ab, Leute Ich lass dir noch ein Foto hier machen mit mir Aber ich will sagen, das ist mit der Folge, ich hoffe, es hat dir gefallen Falls ja, lass doch gerne den Daumen um da Und abonniere den Kanal und aktiv die Videolocke Um keinerlei coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen Bist du so gerne Starcode, Jojo, falls du dir Robux Oder Roblox-Kregen kommst und schau doch gerne in die Videobeschreibung vorbei Dann führst du mal ein Real-Life-Match bei Roblox-Match Oder den Link zu den Discord-Server Und dann will ich sagen, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen Wie gesagt, falls ja, gerne einen Daumen umgeben Schreib mal in die Kommentare Möchtest du gerne in Brookhaven sehen? Mehr uns, Leute, was war nicht mal? Roleplayen in Brookhaven Und ja, dann will ich sagen, äh, ja Wir haben auf jeden Fall einige Familien gewonnen heute Aber das kann auch vielleicht daran liegen, dass ich einfach Jojo bin Und ja, dann will ich sagen, haut rein und ciao Äh, Leute Sch Outro